Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge auf YouTube zu Doom. Doom, 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 Doom. Hier haben wir beim letzten Mal aufgehört. Ich fasse es nicht, mein Gott. Wir sind in der Totenstadt und, ähm... Ich sammle hier mal fröhlich und Feuer voller Eifer. Uah! Hääää! Yeah! Häää! Alter, was? Warte mal. Wollte ich gar nicht nutzen. Ich wollte gerade noch mich mal kurz, äh... Kurz mal die Anmod machen, ähm, aber irgendwie... Nein! Häää! Wie war nochmal das Waffenrad? Ah, hier. Oh. Ich bin ein bisschen raus, muss ich ganz ehrlich gestehen. Ich habe ein wenig, äh... Ja, ein Päuschen gehabt. Merkt ihr sicherlich. Ähm... Ah, so wechsle ich die Waffen. Genau. Ich muss jetzt mal gucken, wenn wir sowas springen. Ja, wie du siehst auf YouTube mit Kamera. Wir sind im Live-Let's Play wieder und, ähm... Ja, wir befinden uns in der Totenstadt. Ich bin gespannt, wo wir hier hinkommen. Und... Ist es vielleicht schon alt, aber wie das hier aussieht? Boah, mega. Tja. Werden wir... Werden wir heute auch Doom durchspielen? So wie Far Cry? Aber wir haben ja nämlich gerade Far Cry durchgespielt. Hääää! So. Erstmal da hin. Oh, da gibt's Rüstung. Und... Ah, guck mal, Gisel ist auch schon wieder am Start. Survival! Yeah! So, aufessen. Gisela ist auf. Ist genug für jeden da. So. Ach, guck mal, schon wieder so ein USB-Stick mit Pornos. Geil. So, Killer One, ich grüße dich. Willkommen zur Let's Play Live Show. Und zum Live-Let's Play von Doom. Da sind noch... Warte mal. Ah, ich seh da hinten. Oh, oh mein Gott. Ah, ganz, ganz fett Karius. Der definitiv ganz, ganz fett Karius. So, tralalalala. Wo kommen wir denn jetzt hin? Nächste Arena? Speicherpunkt erreicht. Boah, geil. Geil. Boah, das sieht schon krass aus. Muss das mal anmerken. Wie geil das hier aussieht. So, was haben wir... Oh, sehr schön. So, was machen wir denn als nächstes? Hitzestoß. Das Abfeuern des Plasma-Gewehrs verursacht zusätzliche Hitze, die mit der Waffenmott-Taste L2 als mächtiger Schuss abgegeben werden kann. Oder Betäubungsbomben? Äh... Drücke der Waffenmott-Taste L2 feuert elektrifiziertes Projektil ab. Das Dämon im Explos... Was? Explosionsradius betäubt. Muss nach... Achso, muss nach Feuer aufgeladen werden. Ich nehm mal den Hitzestoß. Probieren wir mal aus. So. Und auf geht's. Okay, dafür haben wir nicht mal viel Schuss. Deswegen möchte ich doch gerne mal wieder auf die... Auf den Raketenwerfer wechseln und die Schrotflinte. Dann schauen wir mal. Okay. Alter, das sieht so böse aus. Oh Gott, das... Okay, die bekämpfen sich selber. Aber ich bring Giesel mal um die Ecke. Du hast da was im Auge. Höh... Höh... Ciao, Jungs. Boah, was das hier schon wieder abgeht. Geh aus dem Weg, du stinkst nach Maggi, hab ich dir gesagt. Du auch. Ich komm dir gleich da oben hoch. Ach, du schon wieder. Komm her. Geh weg. Du hast was im Gesicht. Es war Schmerz. Hahaha. Boah, was das mir da für einen Spaß macht. Doom zu spielen. Ich glaube, ich sollte mal wieder... Multiplayer... Oh, guck mal. Revenant ist am Start. Huch, wo ist er denn hin? Ah, guck mal. Ciao, Revenant. Es wird heiß. Höh... Höh... Wo kommen die denn alle her? Alter, willst du mich verarschen? Tja... Es war Schmerz... Uah, wir sollten vielleicht mal... Uah... Alter, Revenant, geh mir nicht auf... Eier... Hallo, geh doch mal sterben. Du hässliches... Gesicht. Du hässliches F-Gesicht, wollte ich jetzt sagen. Aber das spreche ich mir mal in den Kommentaren. So. Alter Schwede. Yeah! Doom! Ah, Gisela ist auch schon wieder am Start. Na, wie geht's dir, Schätzelein? Hab dich ja vermisst. Gisela, du geiles Stück. Gisela, du machst mich verrückt. Ha ha. So. Herz, Leber, Milz. Da geht immer noch ein Stück Pilz. Höh... Gisela, hör auf. Hör auf, hab ich gesagt. Hör auf, hab ich gesagt. Alter. Alter. Gesterben. So. Hier wollte ich eigentlich noch gar nicht hin, aber... Nun gut. Ach, guck mal hier. Hätten wir das mal benutzt. So, ein bisschen Money wieder einsammeln. Ein bisschen... Bisschen Schild wieder mitnehmen. Boah, es wird definitiv nochmal wieder Zeit für ne... Für ne Runde Doom Multiplayer. Wenn ich das jetzt so wieder spiele, krieg ich wieder voll Bock drauf. So, was haben wir hier unten noch? Haben wir hier noch was Schönes, was wir vergessen haben? Munition vielleicht? Ja. Ob wir da auch noch irgendwo hinkommen? Ich bin sehr gespannt. Ich lasse mich da mal überraschen. So, gehen wir nochmal hier nach oben. Und dann gehen wir nochmal hier nach oben. Das brauchen wir eigentlich... Ich nehm das mal mit. Ist zwar hast, aber... Naja. Hier ist ne Tür offen gegangen. Und? War nicht hier auch noch? Ne. Hä? Bin verwirrt. Bin mega verwirrt. Ah, hier. Guck mal an. So. Ah, guck mal an. Können wir ja eigentlich auch mal wieder nutzen, ne? Okay. Okay. Hallo, mein Freund. Wo ist ein hässlicher Bruder von letztens? Ja. Geh sterben. Zurück in die Hölle. Da ist ja dein Bruder. Ich hab nix gesagt. Oh. Ha, Gisela. Ha, ha, ha. Du bist ja auch mal wieder am Start. Am Stissel. Ich glaub's ja wohl. So, dir fehlt ein Arm. Sauerstoffmangel, wa? Alter, was ist hier schon wieder los? Ich glaub, ich muss Gisela mal in zwei schneiden. Yeah. Gisela, komm her. Hm. Ein Stück Bauchspeck. Hab ich jetzt voll Bock drauf. Yeah. Höh. Höh. Hinter mir ist auch was. Höh. Geh weg. Höh. Alter, lass mich. Höh. Höh. Ihr wollt mich verarschen, oder? Höh. Ja, du. Hallo. Yeah. Hm. Ein Stück Bauchfleisch ist immer lecker. Alter. Lass das. Das gibt's doch gar nicht. Oh, Alter. Huh. Dieses Spiel, ne? So. Es wird Zeit für mich zu wechseln. Aufs Plasma-Gewerb. Das mal auszuholen mit der Mod. Wie war denn das nochmal mit der Mod? Äh. Nein. Oder gab es Granate? Saugranate? Hm. Saugranate? War das? Ne. Wie war denn das nochmal mit den Waffen-Mods? Ich hab das. Uah. Ich schmeiß mir die Granate noch selber in den Kopf. Ich bin so hohl. Ping, 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 ping. Wie war das denn nochmal mit den Waffen-Mods? Verdammt. Ich hab's vergessen. Lass mal Waffe wechseln. Kreis ist ducken. Viereck ist Dings. Dreieck ist die. X ist springen. Zuschlagen. Nach unten ist Dings. Nach oben ist gar nichts. Rechts ist Granate. Und links ist auch Granate wechseln. Ich... Hm. Guck mal, ein USB-Stick schon wieder. Ah, wir können übrigens auch mal unsere... Dings mal austesten hier. Lass mal mal ein bisschen hier wieder reinkommen. Ach, guck mal. Wir haben vier USB-Stick-Points, glaube ich. Eee, zwei Points. Aber man sieht es hier ganz schlecht, weil meine Hackfresse schon wieder da drüber ist. Also können wir hier schon mal nichts verbessern. Können wir denn bei... Bei den Waffen... Haben wir denn da irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Nein, natürlich nicht. Doch, wir haben sechs Punkte. Warte mal. Können wir da was vergeben? Hier. Hm. Hm, super Hitze-Munition. Das machen wir mal. Und haben wir noch... Sind das drei oder fünf? Ah, okay. Das waren fünf. Okay. Dann lassen wir das mal. Die anderen haben wir, glaube ich, schon so weit aufgekauft, ne? Hier können wir noch bei der... Die Pistole nutze ich so gut wie gar nicht eigentlich. Aber nun gut. So, dann gehen wir mal... Oh Gott. Wir sind ja immer noch auf dem Weg zum Schmelztiegel. Wir müssen diesen Schmelztiegel, äh, bekommen. Habe ich das hier? Habe ich eingesammelt. Sehr schön. Ich hoffe, ich kann die Mod benutzen. Wie war denn das nochmal? Verdammt. Habe ich schon versucht, alle Tasten durchzuh- Oh. Boah, wie geil. Alter. Höh! Nein! Ich sterbe. Scheiße. Das war nicht gewollt. Verdammt. Das war voll nicht gewollt. Ähm. 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 Sollte vielleicht auch mal den... Den Titel abändern von der Aufnahme. Ja, das ging ja schneller als gedacht mit dem Sterben. Mein Gott. Aber ich glaube, ähm... Gut, dass es, äh, Safe-Points gibt. Oh nein. Scheiße. Warte mal. Äh, nee. Plasma-Gewehr. Du hast was im Auge. Den grauen Starr. Höh, ich komm nicht ran. Hä, hä, hä. Peng, peng. Höh, höh. Den letzten davon, wenn du einfach mal sterben gehst. So. Alles klar. Weiß ich Bescheid. So. Ähm. Oh, 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 oh. Ich will nicht wieder so viel... Ja, ah, ah, ah. Feierschweine. Hm. Oh. Oh. Dein hässlicher Bruder, Giesel, ist auch schon wieder am Start. Hast du hier nicht ein bisschen vermisst? So, erst mal Schlauch abziehen. Ähm, 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 ähm. Oh, da fehlt mir noch... Oh. Ähm, peng, 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 peng. Warte mal eben, Kollege. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ich will mal die ausprobieren bei dir. So. Was? Was? Auf einmal taucht da ein zweiter auf. Natürlich. Natürlich. Ist doch klar. Warum denn nicht? Hm. Dämonen hinterlassen mehr Munition, wenn du sie mit der Ketensäge ausschaltest. Aber ich kann die großen Brüder so nicht ausschalten. Warte mal, ich nehme mal das und das. Das ist doch bestimmt viel, viel besser. Ach, jetzt kommen erst mal die. Die zwei fliegenden Köppe. Da drüben kommen wir... Kommen wir da. Da kommen wir bestimmt nicht drüber, ne? Später erst. Höh. So, jetzt aber. Das heißt also, Gisela und die zwei Brüder aus Holland spawnen hier also. Dann bin ich jetzt erst mal weg. Und halte mich da erst mal schön raus. So, erst mal eine Gisela. Und jetzt spawnen erst mal. Ja, natürlich. Verbrenn mich doch einfach mal. Uah. Hältst du davon, wenn du einfach mal sterben gehst? Ich werde so sterben. Yeah. Oh nein, oh nein. Gisela, geh weg. Lass das. Hüah. Zeit zu sterben. So. Hüah. Okay, hat die Rüstung auch nicht viel gebracht. Oh Gott, wenn das jetzt schon so schwierig wird. Ich will gar nicht wissen, was wir gleich... Hey, wir haben Waffenpunkte erhalten. Sehr schön. Will gar nicht wissen, was uns erwartet hinter diesem riesen Tor. Ich bin so ein bisschen unzufrieden, was die Waffen angeht momentan. Die machen nicht so viel Damage. Ja. Vielen Dank.